Willkommen zu einem kleinen Vlog, wo ich euch zeige, wie ich meine YouTube-Videos produziere, kann man das so sagen. Ja, also von der Idee bis zum fertigen Video. Also bis jetzt war mein Ablauf meistens so, ich habe mir irgendwie am Anfang der Woche, also am Montag oder so, habe ich mir irgendwie überlegt, okay, bei was möchte ich ein Video machen? Dann habe ich vielleicht angefangen, das Skript zu schreiben. Am Dienstag habe ich dann das Video vielleicht aufgenommen oder am Mittwoch. Und den Rest der Woche habe ich dann das Video bearbeitet, um es dann am Wochenende zu veröffentlichen. Da ich aber eigentlich einmal die Woche ein Video veröffentlichen möchte, könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht der beste Weg ist, weil es kann immer was passieren, irgendwas dazwischen kommt, man wird krank, hat man eine Woche Urlaub oder einfach zu viel zu tun und dann kommt man nicht dazu, ein Video zu produzieren und schon hat man eine Woche, wo kein Video online kommt. Und deswegen habe ich mich da inspirieren lassen von Teppo Hapoja, falls ihr den nicht kennt, super spannender YouTube-Channel. Er hat in einem seiner Videos erzählt, wie er das jetzt macht mit der Videoproduktion und das möchte ich auch gerne für mich kopieren und das hier mit euch teilen. Der Plan sieht jetzt für mich und meine nächsten Videos so aus, ich setze mich hin und überlege mir nicht ein Thema, sondern ich überlege mir am besten Fall so vier Themen, über die ich ein Video machen möchte. Dann setze ich mich hin und schreibe halt die Skripte für diese Themen. Und dann nehme ich die Videos auf, vielleicht dann halt zwei, drei oder sogar alle vier an einem Tag, je nachdem wie es passt. Und dann folgt nur noch die Bearbeitung, ja natürlich sind das auch einige Stunden, aber das kann ich halt überall machen, das kann ich zu Hause machen, das kann ich theoretisch im Urlaub machen, das kann ich natürlich auch hier im Studio machen, aber ein Video aufzunehmen, das kann ich halt nur hier. Und das Video aufnehmen kann ich natürlich erst, wenn ich das Skript habe und das Skript kann ich ja schreiben, wenn ich die Idee habe, also ja, es ist schon ein ganzer Rattenschwarze, der dahinter hängt und jetzt ist der Plan halt, ja, etwas vorzuproduzieren, damit ich halt nicht in die Bredouille komme, dass ich mal wieder eine Woche habe, wo ich kein Video veröffentlichen kann. Also fangen wir ganz vorne an, nämlich bei der Ideenfindung. Und ich weiß, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Und deswegen habe ich ein paar kleine Tipps für euch. Erstens, immer wenn ihr eine Idee habt für ein mögliches Video, schreibt es euch sofort auf. Ja, schnappt euch euer Smartphone, nehmt einfach die Notizen-App und haut einfach die Idee raus, weil ich weiß, wie das halt immer so oft ist. Man hat eine Idee und ja, am nächsten Tag hat man es schon wieder vergessen, worum es ging. Deswegen schreibe ich mir jede Idee auf, egal ob sie gut ist oder nicht. Ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, ob ich sie jetzt in dem Moment super finde oder nicht. Ich schreibe es mir auf und irgendwann, wenn ich mich da hinsetze und dann die Ideen halt ausarbeiten möchte, dann gehe ich durch meine Liste durch und dann schaue ich halt, okay, ist die Idee wirklich brauchbar oder finde ich die halt, nachdem ich einmal drüber geschlafen habe, vielleicht nicht mehr so toll. Ja, oder kann man sie vielleicht einfach nicht so gut umsetzen und dann wird sie halt wieder gestrichen. Falls ihr aber noch mehr Ideen braucht, dann kann ich euch nur empfehlen, auf YouTube selber mal vorbeizuschauen. Geht einfach auf die YouTube-Startseite und tragt hier oben im Suchfeld einfach mal euer Thema ein. So, und dann werden euch ein paar Sachen vorgeschlagen. Zum Beispiel Videobearbeitungsprogramm kostenlos oder Videobearbeitungsprogramm allgemein und dann Anfänger lernen, iPad, Mac und so weiter und so fort. Und von diesen Vorschlägen könnt ihr euch vielleicht inspirieren lassen für eine Videoidee. Aber da kann nicht nur YouTube euch helfen bei der Ideenfindung, sondern ihr könnt zum Beispiel auch die Seite Answer the Public mal ausprobieren. Hier könnt ihr einfach auf Google oder Bing oder YouTube oder TikTok nach Begriffen suchen. Wir geben hier mal Videobearbeitung an und dann kriegen wir hier so Diagramme. Hier steht dann zum Beispiel, welche Grafikkarte für Videobearbeitung oder welche Hardware. Das sind halt so Themen und Fragen, die dann halt gestellt wurden im Internet und dann wird das hier halt ausgewertet. Zum Beispiel Videobearbeitung mit Canva oder mit Adobe oder mit iMovie oder Videobearbeitung mit KI. Und wenn wir da draufklicken, dann landen wir auch hier auf YouTube und da könnt ihr euch dann vielleicht noch mal dementsprechend, sag ich mal, inspirieren lassen, was es da so gibt. Und wenn ihr dann genug Ideen zusammen habt, dann geht's ans Skriptschreiben. Nein, ich schreibe nicht immer für jedes Video ein Skript. Zum Beispiel das hier, diesen Vlog-Style hier, mache ich jetzt ohne Skript. Ich finde, das passt besser zu einem Vlog, wenn man ohne Skript arbeitet. Aber für die anderen Videos nutze ich gerne ein Skript. Warum? Weil es einfach effizienter ist. Mit einem Skript werden meine Videos immer deutlich besser. Denn ich vergesse nichts, während ich ein Video aufnehme. Die Videos gehen tiefer ins Thema rein. Und wenn ich ein Skript habe, dann kann ich da halt auch was Sachen einbauen. Vielleicht mal einen Witz oder sowas. Oder irgendwie immer denken, okay, da passt jetzt vielleicht ein cooles GIF rein oder sowas. Und muss das Ganze dann nicht versuchen, erst in der Nachbearbeitung irgendwie zu retten. Ja, falls irgendwas schiefgegangen ist oder falls ich was vergessen habe oder so. Außerdem ist ein Skript super hilfreich, um das ganze Video einfach strukturiert zu machen. Und man verhaspelt sich nicht ständig in einem Video. Und die ganze Nachbearbeitung geht einfach wirklich viel, viel einfacher und schneller. Also, wenn ihr nicht mit einem Skript arbeitet, dann kann ich das euch auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ich mache es nicht bei jedem Video. Aber eigentlich sollte ich es bei, ich sage mal, neun von zehn Videos machen. Manchmal ein bisschen zu faul. Aber wie gesagt, bei so einem Vlog-Style hier finde ich es auch vollkommen cool, wenn man so freispricht. Bei anderen Videos macht das schon mehr Sinn, ein Skript zu haben und das Ganze einfach mehr zu strukturieren. Und genau das werde ich jetzt machen, nämlich die Skripte schreiben für meine nächsten Videos. So, wie ihr am Bad unschwer erkennen könnt, ist jetzt der nächste Tag. Ich habe zwei Skripte fertig, zu denen ich jetzt die Videos aufnehmen werde. Und ja, währenddessen nehme ich ja diesen Vlog noch auf. Also, Inception, ich nehme mal ein Video auf, während ich ein Video aufnehme. So, ich habe jetzt beide Videos aufgenommen. Das ist jetzt, keine Ahnung, also vielleicht eine halbe Stunde gedauert oder so. Wenn man ein Skript hat, geht das recht schnell. Und jetzt geht es an die Bearbeitung. Das ist eigentlich der Part, der, muss man sagen, halt am längsten dauert in der Regel. Aber, das kann ich ja so nebenbei machen und ich kann dann halt nächste Woche schon wieder loslegen mit den nächsten Skripten und dann wieder aufnehmen. Und so baue ich mir, denke ich, langfristig einen guten Puffer auf an interessanten Videos. Und wenn mal ein Thema dazwischen kommt, das vielleicht sehr aktuell ist, sage ich mal, dann werde ich natürlich dementsprechend da ein Video machen und das dazwischen schieben. Aber es ist immer ganz schön, wenn man vielleicht so drei, vier, fünf, sechs Videos so ein bisschen im Vorlauf hat. Deswegen, so ist jetzt mein neuer Prozess, sage ich mal, wie ich meine YouTube-Videos mache. Wie sieht denn euer Prozess aus oder denkt darüber nach, mit YouTube zu starten? Schreibt mir doch gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare und vergesst nicht, dem Kanal hier ein Abo zu geben, damit ihr natürlich auch die Videos, die ich jetzt aufgenommen habe, dann in Zukunft auch auf meinem Kanal seht. Vielen Dank.